willkommen bei einer weiteren folge zur laster mit zyskate bevor wir in den stall gehen wollen wir erst mal oben alles abgrasen da steht da stall hier unten ist aber noch was ist noch mal zurück oder ja kurz aber nur ja stimmt du hast recht da steht stall für mich ist das kein stall hier rüber dann also links rum na ja ist egal ganz viele ganz viele sachen hier jetzt erstmal hier hier haben viele traps hier kommt die denn her das frage ich mich auch 102 leben haben die skellett scharfschütze goot und die scharfschütze ich glaube wirklich viele level können wir jetzt auch gar nicht mehr machen ne ich weiß gar nicht wie viel was von der sind wir denn 10 ja zwei noch ach da unten sind auch schon wieder hier eine feuerschwinde so ein mist schön wo will er denn hin ja ich weiß nicht ja 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 . da ja wenn ich hin ja ja ist nicht schlimm dann gehe hier hin und mach vorbereiten oder so ja 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 Du konntest nicht umhauen. Schade. Nice. Er ist nicht schlecht, der Ork. Ja, er ist ein guter... Ist ein guter Tank. Das muss man schon sagen. Ist das ein Tank? Ja... Weil er so ein Verteidiger ist, das ist ja... Da rennt er jetzt bestimmt in die Falle. Ne. Das hätte aber auch schief gehen können. Mist, ich komme auch nicht rüber. Mhm. Läuft, ne? Dann mache ich was anderes sinnvolles. Ja. 25, ja. 25, ja. Kannst du noch mehr machen? Ja, aber das funktioniert nicht. Sorry. Alles gut. Ich höre schon auf. Alles gut. Ist irgendwas tot? Ne, ne. Ich schieße gerade aufs den Bogenschützen. Zwei Leben hat er noch. Oh, jetzt hat er einen Kritt gekriegt. Ist fies. Die haben so lange draufkloppen. Die haben so lange draufkloppen. Das ist das Problem. Ja. 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 Dein zwei Leben, ey. Ah. Ah. Frustrierend. Frustrierend. Mhm. Ja. Ja. Das ist der Fall. Ja. 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 Da kann ich eigentlich keine lange Reste machen. Kannst du gleich mal zurückspringen? Der Darag? Ja. Ja. Kann er. Dann bereite ich mich mal vor. Ah. Ja, für die ist das jetzt scheiße. Eigentlich müsste ich die löschen, aber dann kann die nichts machen. Vielleicht kommst du auch zurück. Geht das? Mit Sprint? Dann fang ich mir mal eine. Ja gut, aber du fängst sowieso was. Das war super. Ja. 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 Das war super. Ja. 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 aber wir haben feuerresistenz durch die ellen kriegen kaum schaden von der könnte es auch gegen so eine truppe mal so einen zusätzlichen elementar und mal alle drei verfehlen da ist er hallo der brennt auch noch zu löschen nicht mehr ja weiß ich wohin bin ich gut so möchtest du gleich mal ich versuche mal was hast du ein blitz schießen auf alle geht das die müssen doch jetzt das funktioniert nicht aber warte mal ich habe eine andere idee äh die safer sind hier nicht nah genug boah ist das doof so dass sie jetzt alle mit drin sind was hast du gemacht oh das volk dann wäre das doch eine untote oder aber da sieht nichts mehr das kann sein also der eine skelettritter ist drin ich werde nicht verlieren ich werde nicht verlieren da ist leider immun gegen gift was macht er denn da immer er versucht zu zaubern also So. Bend the knee or perish. Arcana Rivo Malmys. Glücklich. Vielleicht. Na gut, wer überspringt das mal? Jawohl. Okay. Dann haben wir es erledigt. Oh, ein bisschen Gold. Nein. Lava Steine. Juwelenbesetzter Ring. Ja. Was machst du denn da? So läuft die denn da lang? Ist sie doof? Du bist tot. Wo läuft die denn da lang? Ich hab keine Ahnung. Krass. Da geht's ja echt noch weiter, ne? Röchte ich mal heilen oder mal kurzer Rast kommen? Ja, sorry, das war jetzt nämlich nicht ersichtlich, dass die jetzt blöderweise links rum gehen würde. Der Darag hat das ja auch nicht gemacht. Durch die Todesfolge durch. Ja, richtig behindert. Okay, dann müssen wir irgendwie weiter. Die Frage ist... Ja. Einfach hier hin. Zack. Was haben sie denn hier? Ich gebaut, ey? Oh, ne, ne, ok. Da müssen wir dann woanders her... Stopp. A trap. Ja, weiß ich doch. Ist echt alles voll. Ich frage jetzt, ob sich das überhaupt lohnt hier, äh, alles zu looten. Ich hab keine Ahnung. Es sind irgendwie ganz... Da unten ist die Map, glaub ich, zu Ende, oder? Nee, Moment. Weil... Du hast ja schon da? Na, da bist ja gar nicht hingelaufen jetzt. Hab gedacht, du nimmst den mit. Äh, hier sieht so aus, als wäre die Map hier zu Ende. Hm, hasst recht. Kannst du uns dann zurück... Orden. Ja, sofort. Ich geh nochmal eben zu diesem einen Baum da. Da hinten ist mir ganz orange. Ich habe eine Trap gefunden, entschärfe die Trap, geschafft Oh, eine... Ja gut, wir haben keinen Giftmischer dabei, das ist halt so ein bisschen... Kannst du einen von den Ringen hier identifizieren? Kannst du mir geben? Ja, habe ich, glaube ich... Warte, ich schau mal... Warte, warte, hat das nicht ganz geklappt? Jetzt... Ne, du bist so weit weg, deswegen geht das nicht weiter Na gut, da ist es einfach nur ein Ring zum Verkaufen Das ist da unten noch was, und da hinten... Aber ich bin mir sicher Okay, ich denke, wir looten noch ein bisschen, und dann gehen wir zurück zum Stall Da... Ich denke, da geht es auch weiter Da bin ich auch schon... Toll, ist echt nichts drin Boah, man kann das nicht... Man kann das nicht ändern, man muss das looten Ich weiß dann nicht, wie er hinkommen soll... Ach komm... Wo bist du? Kommst du zu mir oder soll ich zu dir kommen? Ich komm zu dir... Warte, warte... Wow... Wie läuft die denn schon wieder? Warum gehst du denn auch schon wieder weg von mir? Schlecht, ja, ja... Die läuft ganz komisch Guck mal, der Darag läuft so nicht Ja, der Darag kann ja auch die Wände entlang laufen Aber ich brauch noch mal eine lange Rast, oder? Ja, komm, machen Ist er hier eh Da ist doch ein Windisch Da liegt einfach der Gem, ey Ich bin mir aufgefallen, dass die Giselle so ganz komische... Und jetzt? Keine Ahnung Jetzt haben wir den Gem gefunden, oder was? Oh! What just happened? A Gem, right? Just like that Did you hear that? The sound of killing The Sorax That was fast You afraid? Of course not Alright Ah, ist wieder alles dunkel hier Jaja, ich bin schon dabei Ach guck mal, da ist sogar, äh... Lange Rast Das sieht aus wie ein Labyrinth Oh ja Das nächste Labyrinth, ey Na gut, dass du dich daran orientieren kannst Da liegen Leichen Da sind Wetter rollen Da sind Wetter rollen Da sind wir Da sind wir von unseren Giselle Ein Acolyt von Sautar Das ist der Name Wie hat er den Ort Wie hat er den Ort gehört? Ever gehört von der Inquisiin? Talk mit uns jetzt Ja, ja Die Giselle Die Giselle Die Giselle hat ein bisschen magisch Toll Das Ort Das Giselle Ist nicht Sie haben Sie nicht Sie sehen Sie sehen Dein Die Giselle Von dem Was ist Das 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 Und dann... Magik kam aus woher... ...targeting uns. Und wie ist das ein Curse? Weil ich weiß, wir alle sterben hier. Es sagt so! Wer sagt was? Die Voice! Es sagt, wir alle sterben. Und nach jedem Tod, es... Es sagt es wieder. Disturbing. Sure. All these dead Soraks and no trace of what killed them. They could have taken, they're dead. Just like the Soraks do. And what do we do with our friend here? He's a Sorak pawn. There's only one thing to do. And yet we have laws. He's too dangerous. Who are we to call ourselves judges and executioners? Servants of the gods. Protectors of Solasta. Blessed be his name. Die Entscheidung wird uns abgenommen. Okay. Kann man den looten? Nein. Ja, natürlich nicht. Also die sind vor uns reingegangen, ja. Mhm. Wie die mal so nebeneinander stehen, ne? Ja, danke für die Sequenz. Ja. Come from. Go back to where you came from. You insignificant beings... You are not worthy to enter. Das istacant. Okay. des Fenris. Ich muss jetzt mal irgendwas finden und suchen. Oh, da oben ist was, hm? Na, komm richtig hin, schade. Interesting. Vielleicht muss man hier mal fliegen. Ich hab fliegen nicht vorbereitet. Ja, kann man aber. Oh-oh. Oh-oh. Okay, dann müssen wir wohl den Kampf gewinnen hier. Offensichtlich. Die Arena. Runde 1, besiege deine Gegner. Ja, aber was sind denn das für Gegner? Ach, Philippa. Ach. Philippa. Die selbe Arena. Na gut. I. Ja, geht wieder von vorne los. Aber was soll das? Ich weiß nicht, wie kommt jetzt ein neuer Kampf? Einen machen wir noch. Schönen, wie kommt jetzt ein neuer Kampf? Ich weiß nicht, wie kommt jetzt ein neuer Kampf? Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie kommt das für dich? Ich weiß nicht, wie kommt das für dich? Ich weiß nicht, wie kommt das für dich? Aber was? Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie kommt das für dich? Ich weiß nicht. Was tot ist, ist tot, ne? Ja, absolut. Ja, jetzt kommt er echt zu mir. Das gibt's ja nicht. Geisterhafter Rächer. Ah, resistent gegen Feuer. Okay, dann greife ich den nicht mehr an. Okay. Ja, klar. Einfach weil. No. No. Nein, du hast ihn vergiftet? Okay. Ich hab gedacht, wenn ich Kritte, dann kann ich schon. Wenn schon, wenn schon, ne? Wenn schon, wenn schon, ne? Wer weiß, was da noch alles kommt? Ich weiß nicht, was er zaubern will. Soll ich das noch verhindern oder nicht? Nee, lass mal. Ich hab' ich geschwächt. Ich hab' ich geschwächt. Ich hab' ich geschwächt. Dann ist er schon wieder weg. Ach so. Ich wollte jetzt gucken, ob ich das irgendwie hier... Nee, ist schon irgendwie, glaub ich. Ja, okay. Vielleicht, weil ich den getötet hab. Ich glaub, der hat noch 19 Leben. Da kannst du mit Feuer drauf, glaub ich. Oh, hast du noch ein Ding ins. Ich bin gespannt, was da noch alles gleich kommt. Also du meinst, die werden immer stärker, ne? Ja, die Gegner, ja. Runde 2, super. Runde 2, super. Take that! Boom. Mach dich bereit für den nächsten Kampf. Ja, ich hab' jetzt natürlich die Konter im Prinzip aufgebraucht, ne? Ja, ja, ich weiß. Gehst du weg? Warte. Jetzt hab' ich das gerade. Ist da irgendwas Nützliches drin? Ah, Pfeile, wenn du was brauchst. Ja, Pfeile, Pfeile würde ich nehmen. Ah. Immerhin einer. Okay. Boom. Oh, was ist denn das? Oga? Orks und Oga? Und ein Winterwolf. Und ein Orks-Schamana. Und ein Orks-Schamana. Arks-Schamana. Ork-Schamana. Aber der Macht, der beschützt sich. Soll ich das? Kontern oder überspringen? Weiß ich nicht. Wie viele Konter hast du denn noch? Weiß auch nicht, ne? Ne. Keine Ahnung. Was ist der aus? Ne. Oh wei. Ja, hast du den Nachteil gemacht? Mhm. Ja, sehr gut. Kleine Pain. Was ist denn da los? Ernst. Insta-Klinger. Da haben wir richtig viele Gegner. Oh ja. Oh. Können wir das danach überhaupt noch mal ne Rast machen? Ja, hier gibt's nen Lagerfeuer. Aber ich weiß nicht wie viele Runden wir haben hier. Ich hab mich verätzt. Acht Geldeschan. Ach scheiße, die ist dran. Oh, ich hab mich vertan. Ich dachte der Bogenschütze ist dran. Dumm. Ja, das war mein Fehler. Oh Gott. Ich wollte mit dem Bogenschützen abhauen. Jetzt kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Das ist natürlich clever. Wollte ich gar nicht. Das hat irgendwie gedacht der Bogenschütze ist dran. Tut mir leid. Gut. Ja, ich weiß halt wie hab ich anfangen soll jetzt rauszukloppen, ne? Ja, mach doch mal. Es sind viele Gegner. Es lohnt sich auch. Kannst halt zum Beispiel hier, die hier. Kannst ja alle mit Feuerball erwischen, oder? Oh, nice. Ich hab die alle kampfunfähig gemacht. Ja, das war ziemlich gut. Hier ist ein Ork, den könntest du toten. Ach komm schon, ey. Lass ihn sich schützen. Aber der wirbelt halt eine 3, das ist schlecht. Ja, okay. Wir sind viermal hintereinander so einstellig. Hm, trifft er halt nicht. Echt, das Gesegnete hat er weggemacht? Boah, ist das wästig. Oh, du hörst ja so gut. Was, wenn wir haben, der Kampfung fügt. So. Der will sich unsichtbar machen. Na, lass ihn. Ja, ne. Mei, das Würfel war aber auch schlecht, ne? Das war ein guter Zauber, ja. Ja, ne? Ja. Schön. Das ist gut, dann. trotzdem bin ich denke ich zombie ogre sehr gut das war der nachteil sie ist eine gute fähigkeit hängt sich ein wenn die weg geht doch hier oben hin auch Arcaner Evo Malmys A modest success Versuchen wir es erneut Er würfelt einfach zu schlecht, lass ihn Das würde ich nicht weg machen Jetzt trifft er Gut Zombi-Orga Der will Wunden heilen, das konter ich, ne? Ja, kanns ich machen Sehr schön Der nächste ist weg Echt, Männer? Das trifft ja, okay Offenbar Zombi-Orga Arcaner Oli Malmys Und dein Zaubertrickster, sieben Schaden Ja, ich will nicht alles rausschmeißen Ja, mit dem Zaubertrick kannst du dann auch, glaub ich, eher den Feuerball nehmen Ja, ich bin da auf jeden Fall Ja, ich bin da auf jeden Fall Ja, ich bin da auf jeden Fall Ja, man endlich erwischt, ey Sehr schön Oh, nice Oh, nice Nein Schade Sehr wenig Verteidigung Jetzt stirbt er Sehr schön Ach, Schatztruhe Und es geht weiter Ja, wir können noch weitermachen, die Arena Ne, kommen wir nicht Okay, wir gucken noch, was hinterher zum Looten ist Und dann Oh, ich könnte mal etwas herstellen, oder? Ich könnte mal Auch mal wieder Pfeile Und was ist drin? Ne Rüstung und ne Waffe, guck's dir das mal an Ich kann da nicht Ich kann da nicht Ich kann nicht Wie, kann's nicht Ich kann dir nicht anklicken Hä? Ja Dann musst du die rausholen Ey, das gibt's nicht Ich kann die auch nicht mehr Tja, schade, hat's nicht rausgeholt Moment Warum nimmst du die Sachen nicht mit? Weil die für mich zu schwer sind Ne, kann ich nicht Na gut, dann das ist gegessen Ähm Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Macht's gut, bis dahin und ciao Ciao